Hengst Fohlen vom 11. April, von Erdinger, Fiedertanz, Sir Donahal, Royal Dance und Finlay M. Aus der Zucht von Carl Lewis und Paul Ferry, Ferdinand aus Montabaur, kommt dieser Junge her. So, und das ist das, was ich meine. Vom Fleck weg, Takt, Schwebephase, Organgpotenzial. Langsam, langsam, langsam. Und noch einmal. Erdinger, Fiedertanz, Sir Donahal. Untertitelung des ZDF, 2020